Nach dem 0-2 kam dann nach vorne nicht mehr so viel. Womit hatte das was zu tun? Auch mit fehlender Kraft? Ja, fehlender Kraft, geistige Frische, einfach im Arsch scheinen. Und wir können jetzt die letzten tausend Tage, hätte ich beinahe gesagt, die letzten hundert Tage gerne nochmal Revue passieren lassen. Es ist leider so, die Jungs sind durch. Und das muss man leider sagen. Es ändert zwar nichts, dass wir diese drei Chancen einfach hätten besser machen können. Aber ich glaube, zweite Halbzeit war der Einzel, der noch relativ fit da draußen war, war ich, der da versucht hat nochmal was hinzukriegen. Aber ich glaube, die Jungs haben gar nicht mehr zugehört. Die Jungs haben funktioniert, sie haben alles probiert aus meiner Sicht. Aber es geht dann halt nicht mehr und wir brauchen darüber auch nicht mehr reden. Warum, weshalb? Die Frische war nicht da. Und zweite Halbzeit haben wir dann auch keine Möglichkeit gehabt, die da hätte hinzielen können, dass wir ein anderes Ergebnis hätten haben können. Bist du noch so fit, Baumi? Nö, deswegen ist es ja witzig, wenn ich dann das noch mache.